Einfach zertreten, da ist jetzt ein Loch drin. Ich habe gemerkt, es gibt Widerstand. Dann habe ich gesagt, okay, der findet das jetzt alles. Widerstand? Widerstand. Widerstand ist weg, das ist nein. Und dann habe ich es aufgegeben, habe gesagt, okay, es will nicht. Feinrip, offensichtlich nicht live aus dem Proberaum. Heute mit... Harrys entspannendem Hundespaziergang. Einer kleinen Bastelstunde mit Marc und Alex. Monchi und Christoph bei einem heldenhaften Selbstexperiment. Und natürlich, wie immer, viel Dummgebabbel aus dem Proberaum. Das war Hochdeutsch. Widerstand. Ich wollte aber hier reinkommen und wollte sagen, wisst ihr eigentlich, dass euer Tor nicht zugeht? Widerstand. Widerstandskämpfer, oder? Nein, nein, ich bin ganz friedlich und politisch. Sag mal, Marc, es sieht halt so gut aus. Was ist denn los? Es sieht so frisch aus. Es ist noch eine Musik. Genau. Es ist keine deine Musik. Die schöne Musik. Ich bin jünger geworden. Du bist jünger geworden? Genau, ich war in der Türkei und hab mal was machen lassen. Ohr und so. Und einmal hinterm Ohr ist so ein Spanner. Da kannst du einmal platt sehen, weißt du? Hier in Österreich richtig gut gehen, oder? Ja, ja. So, Sex, Kliwoi. Sag mal, ist es schon Weihnacht oder so? Nein, es ist Geburtstag. Wer ist Geburtstag? Sehr fein. Echt? Alles Gute zu deinem Dreißigsten. Alles Gute. Oh, das sieht schon mal aus. Älter siehst du nicht aus. Wirklich. Siehst du älter siehst du nicht aus? Manche, ich wische hinter dir gleich auf. So, sind das jetzt die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest und so? Ja, guck doch mal, sieht doch so aus, ne? Echt? Ja. Guck mal, es läuft Weihnachtsmusik. Ja, ja, es läuft Weihnachtsmusik. Von einem hervorragenden Chor eingesungen. Ja. Weil wir können sowas nicht was. Es wäre Katastrophe. Reufel-Choices. Genau. Reufel-Choices. 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 Oder Joyful. Oder Reufel. Ja, irgendwie so. Irgend so was. Genau. Und da machen wir schon wieder Technik und so. Also, Christoph, lass mich raten. Heute filmen wir mal wieder die Zandschaftsvideos. Nein, die Adventskalender. Adventskalender. Gibt es Adventskalender wieder? Natürlich. Hast du gesehen, wie viele Witze die wir zugeschickt bekommen haben? Oh, 100.000. Ah, es ist um die einer besser. Hast du schon bedankt? Dankeschön. Vielen Dank. Ihr habt wirklich ganz tolle Arbeit geleistet. Seid bitte nicht traurig, wenn du Christoph nicht alle davon erzählst. Bitte. Ja, könnte passieren. Weil sie sind einfach zu gut. Und ihr wisst, schlechte Witze, schlecht erzählt ist das Motto. Da können wir mit so guten Witze leider nichts aufhangen. Aber da sind ein paar schlechte sind dabei. Habt ihr es gut, so gut wie euch. Letzte Woche Geburtstag beim Jordan, diesmal bei Mama und Papa Christoph. So gut, Witze. Also wenn mir es so gut irgendwann geht. Das ist schön, die Musik. Aber wir verroten nicht, von wem das ist, oder? Nein, nein. Hier haben wir es mit Boyful. Ich glaube, das sind die Las Vegas Gospel Singers oder so. Die treten immer im MGM auf. Las Vegas Marriage Singers. Genau, Marriage Singers. Ja, gucke ich. Na, gucke ich. Ja.